Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bedrock Guide. Mein Name ist Lars LP und heute stellen wir uns mal so ein bisschen der Herausforderung, wie man schnell Netherite findet, also das neue Super-Erz. Denn die Minecraft 1.16, also das Nether-Update, ist raus. Und das erste, was mir aufgefallen ist, wir stehen hier und hören eine Lorain-Mine-Card. Das ist da hinten bei den Schafen unter der Erde und wir hören das hier immer noch. Also irgendwie sind die Sounds ein bisschen kaputt gegangen, glaube ich, mit dem Update, weil das ist sehr, sehr weit weg schon. Doch müssen wir erstmal gucken, was wir brauchen, um in den Nether-Up zu gehen, bevor wir im schnellen Tempo Netherite besorgen. Wir brauchen Gold-Armor. Ist egal, ob Stiefel, Hosebrust oder Helm, wir brauchen auf jeden Fall ein Stück Gold-Armor. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen Feuerzeug, logischerweise, um einfach safe zu sein, falls das Portal kaputt geht. Bin wir gerade da. Dann brauchen wir was noch. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bogen. Wir werden vielleicht gleich noch sehen, warum. Wir brauchen aber einen Bogen, nicht unbedingt mit Unendlichkeit, aber ein Bogen ist schon sehr wichtig, wegen dem neuen Biom, dem Soul Sand Valley. Boah, diese Loche geht mir echt auf den Keks, ne? So, Musik mal leiser gemacht. Wir brauchen was zu essen. Und um schnell Netherite zu finden, brauchen wir definitiv Trank des Feuerwiderstandes. Man kann auch einen Haufen Sand nehmen, ist aber nicht ganz ungefährlich. Und wir brauchen TNT. Wir brauchen auf jeden Fall TNT, um schnell Netherite zu finden. Wir nehmen es mal... Ich habe jetzt nur... Da habe ich nur noch 17 Sand, das ist sehr merkwürdig. Aber gut, dann machen wir mal so. Und nehmen einfach hier ein bisschen TNT mit. Das sind nur vier Stück. Das ist sehr merkwürdig, eigentlich müsste ich mehr... Wo ist denn mein ganzer Sand hin? Das sind also die wichtigsten Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bogen, wir brauchen Goldrüstung, wir brauchen zum Netherite finden auf jeden Fall TNT und wir brauchen Tränke des Feuerwiderstandes oder sehr, sehr viel Sand. Aber gehen wir mal endlich in den neuen Nether. Das wird richtig spannend. Hui! Puh, wir sind auf der Höhe 62, das ist schon mal gut zu wissen. Ach, jetzt wird mein Männchen oben links so wieder eingeblendet. Dann muss ich wieder ausmachen. Aber wir sind direkt in so einem Basaltbiom gespawnt, das sehr cool aussieht im Übrigen. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Und jetzt würde ich gerne gerade einmal was gucken. Da oben ist Golderz. Das ist gut, das würde ich nämlich mal gerade ausprobieren. Denn es gibt ja jetzt Golderze im Nether. Und wir haben eine Spitzhacke mit Glück 3 oder mit Behutsamkeit. Hallo! Und ich meine gesehen zu haben, dass es mehr Sinn macht, das mit Behutsamkeit abzubauen, weil man das Ganze in den Ofen packen kann. Und im Ofen würde man gleich einen gesamten Barren rausbekommen. Fände ich sehr merkwürdig, wenn es so ist, aber auch sehr cool. Deswegen werden wir jetzt das Ganze einfach mal ausprobieren, beziehungsweise das Gold mitnehmen. Und dann gleich gucken, wie das ausgeht im Ofen, wenn wir wieder zu Hause sind. Und ich bin so geil und bringe meine Behutsamkeitsspitzhacke nicht mit. Und okay, dann machen wir das ein andermal. Aber gut, wir wollen für Netherite ganz nach unten. Ganz, ganz nach unten. Das ist ähnlich wie bei Diamanten. So etwa auf die Höhe 15. Und wer es noch nicht weiß, wusste, wie auch immer. Es ist so, dass der Nether einen Lavasee hat unten. Wie wir hier sehen können. Es gibt so eine Schicht, wo nur Lava ist. Die gibt es immer und überall im Nether. Und ich habe echt einen doofen Spawn hier erwischt. Weil ich komme hier gar nicht runter, irgendwie, ohne tief zu fallen. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier vielleicht da rüber bauen. Okay, nö, da kommt mir direkt Lava entgegen. Gut, ähm. Wir haben ja den Trank des Feuerwiderstandes. Schlürfen wir den mal. Dann können wir nämlich jetzt es anders machen. Wir können nämlich einfach springen. Lalalala. Und schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Noch weiter runter. Wir sind gerade mal auf der Höhe 24. Wir müssen da noch ein bisschen runter. Man wird relativ schnell feststellen, so auf der Höhe 23 ist der Boden irgendwie endlos lang. Genau, da haben wir nämlich eigentlich den Boden des Lavasees erreicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier unten noch ein bisschen tiefer reinkommen. Und uns dann wieder einbuddeln. So, hier haben wir das schon mal. Ah, guck mal, wunderbar. Jetzt sind wir schon mal drunter. Wir können das hier einfach wieder zubauen. Das stört keinen. Aber wir sind unterm Lavasee. Yay, unterm Lavasee. Und das ist das, wo wir eigentlich erstmal hin wollten. Ich mache hier mal eine Fackel hin, damit wir was sehen. Und jetzt das Problem, dass hier natürlich überall Lava reinlaufen könnte, sobald wir was abbauen. Deswegen ist das auch problematisch mit Lava, mit Sand runter zu gehen. Weil man könnte ja einfach Sand in den Lavasee schütten und sich so im Prinzip einen Tunnel nach unten bauen. Aber hier unten kann es auch passieren, dass wir Lava begegnen. Und dann brennen wir natürlich trotzdem auf, wenn wir einen Haufen Sand haben. Ist ein bisschen doof. Aber gut, wir sind jetzt hier unten. Höhe 15. Wunderbar. Jetzt können wir hingehen und können natürlich mit Effizienz loshacken. Und wir haben schon welche gefunden. Mega. Mega gut. Mega gut. Wie gut ist das denn bitte? Okay. Tja. Dann bauen wir den mal ab. Das Ganze bleibt ein Block. Das heißt, wir müssen es nicht mit Glück abbauen. Zack. Und jetzt haben wir antiken Schutt. Und den müssen wir zu Hause in den Ofen packen. Aber wie gut, haben wir schon einen gefunden. So, wir gucken gleich mal weiter. Wer keine Effizienz 5 Spitzhacke hat, der nimmt TNT. Das heißt, wir stellen hier einfach mal TNT hin. Nehmen ein Feuerzeugchen und machen Kaboom. So. Mach mal. Au. Da haben wir schon Lava frei gesprengt. Nicht so gut. Und genau das meine ich halt mit Tränke des Feuerwiderstandes. Genau deswegen brauchen wir die nämlich. Weil sonst kann man recht schnell Gefahr laufen, dass einem hier unten was passiert. Also, dass man verbrennt halt. So, das nehme ich auch noch mit. Wir haben ja Glück 3 dabei. Da können wir ein bisschen leveln, ein bisschen Quarz mitnehmen. Es gibt ja auch neue Quarzblöcke, mit denen ich gerne bauen möchte. Und hier ist auch der Schwarzstein. Den finde ich auch super cool. Würde ich auch gerne mitnehmen. Gucken wir mal weiter, ob wir noch welchen finden. Wir haben ja schon einen. Aber ich sollte natürlich auf der Höhe 15 bleiben, ne. Das wäre ganz gut. Da findet man das nämlich recht, recht gut, würde ich sagen. Auf der Höhe 15. Und ich hoffe, ich habe sie jetzt getroffen. Ja. Sehr gut. Was haben wir hier? Auch nix schade. Leveln kann man so im Übrigen auch, ne. Indem man einfach den ganzen Quarz weg sprengt und die Erfahrung bekommt. Macht aber natürlich mehr Sinn, das Quarz auch einzusammeln. Weil letzten Endes zerstört das TNT, das ganze Quarz. Leider Gottes. Aber trotzdem kann man so leveln, wenn man das möchte. Und jetzt ist unser Inventar schon voll. Also das ging ja recht schnell. Nur haben wir zum Glück ein paar Schalkerboxen mitgenommen. Da können wir das Ganze dann mal drinnen lagern. Und die Goldstiefel haben wir jetzt glücklicherweise oder leider nicht gebraucht. Weil wir noch nicht bei Piglins vorbeigekommen sind. Einer der neuen Monster, wenn wir sagen. Und immer einen Trank des Feuerwiderstands aufbewahren. Ihr wollt ja auch irgendwie wieder hochkommen durch den Lavasee, ne. Also einen Trank braucht ihr auf jeden Fall auch wieder für rauf. So, noch ein TNT. Und dann gucken wir mal. Hoffentlich finden wir da was. Ihr merkt schon, es ist gar nicht mal so einfach Antikenschutz zu finden. Also der ist wirklich sehr selten. Und wir hatten ultra Glück, dass wir im Prinzip direkt beim ersten Block welchen gefunden haben. Und mit der Effizienzspitzhacke ist es natürlich wirklich so, dass man die da relativ schnell zerlegt. Liegt ne gerade hier im Nether. Das kennen wir alle, weil die Blöcke gehen so schnell weg. Man hat so schnell so viele Blöcke weggemacht, dass die Spitzhacke sich da gar nicht drüber freuen wird, was die Haltbarkeit anbelangt. Aber es geht natürlich auch so. Man muss kein TNT mitnehmen. Ich frage mich nur gerade, weil hier so viel Schwarzstein ist, ob hier irgendwo eine Festung ist. Also eine Bastion der Piglins. Das ist ein neues Gebäude, was generiert wird. Also wie eine Netherfestung. Halt nur eine Bastion der Piglins. Und es ist auch sehr cool. Werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal eine extra Folge angucken. Weil das ist sehr groß. Na? Gibt es ja schon genug Platz, damit ihr spawnen könnt, ihr Kleinen? Oh boy! Da haben wir vier Stück gefunden mit einer Sprengung. Vier Stück mit einer Sprengung. Was zum Teufel. Wie viel Glück muss man haben? Da ist nämlich eins, zwei, drei, drei, drei. Vier Stück. Alter, wie gut! Wie viel Glück muss man haben? Viermal mit einer Sprengung. Mega glücklich einfach. Einfach mega Glück gehabt. Mal mit Effizienz. Fünf dauert das ultra lange. Fünf! Fünf! Das glaubt ihr doch kein Mensch. Das glaubt ihr keiner. Fünf Stück mit einer Sprengung. Also wir halten fest. TNT funktioniert super. Höhe 15 kann man wunderbar nehmen. Wobei ich glaube, dass auch hier 11 sinnvoller ist. So wie wir das von den Diamanten kennen. Und das werden wir jetzt einmal ausprobieren. Das Ding ist nämlich... Ja, mach mal weg hier. Können wir gerne mitnehmen. Und das bringt auch Erfahrung. Das ist super einfach. Es ist einfach so gut, dass jetzt alles hier Erfahrung bringt. Wir springen jetzt nochmal auf der Höhe 11. So, einfach hier mal rein. Und zack. Das Ding ist nämlich, bei Diamanten hat man das wirklich schon statistisch erfasst. Also hat man wirklich Statistiken aufgestellt zum Thema Diamanten finden und so. Bei dem Netherread natürlich noch nicht. Und da muss man viel rumprobieren. Ich glaube, dass die Höhe 11 da genauso effektiv sein wird, wie bei den Diamanten. Weil wir letzten Endes jetzt 5 Stück freigesprengt haben auf der Höhe 15. Und davon waren einer auf der Höhe 14, einer 13 und 2 auf 11 und einer auf 12. Also so ein bisschen beobachten, wo man was freisprengt. Und dann gucken, ob das passt, ob das nicht passt. Was man der Meinung ist. So ein bisschen rumprobieren. Ich zähle das immer so ein bisschen mit. Und dann gucke ich, wo war ich denn am erfolgreichsten. So, danke. Das mache ich mir gerade so weg, damit ich hier ein bisschen Erfahrung bekomme. Ich weiß, hier ist ein bisschen dunkel, ne. Ist schon Level 15, 16. Das geht so schnell. Also jetzt, man braucht eigentlich gar keine Erfahrung oder XP-Farm mehr. Man geht einfach in den Nether, fertig. Funktioniert super. Haben wir wieder welche? Wir töten auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein Magma-Slime mit Kies. Ja, viel Spaß. Ey, 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 ey. Ich habe dir nichts getan. Geh weg. Ich habe dir nichts getan. Geh weg. Ey, ey. So, danke. Einmal konzentrieren hier. Was ist denn hier? Was ist hier passiert? Das scheint ja normal zu sein. Oder war ich das auch aus einer anderen Richtung? Ne, das scheint normal zu sein. Hallo. Ey. Und diese kleinen. Ey. Jetzt aber mal gut hier. Danke. Und hier drüben. Das ist nix, ne? Ne, da unten habe ich gesprengt. Hier können wir auch wieder runtergehen. Vielleicht finden wir ja so ein bisschen antiken Schutt. Also der hier irgendwie offen liegt. Weil das scheint so ein bisschen höhlenmäßig wie an der Oberwelt zu sein. Leider kein Schutt. Aber wir haben ja noch zwei TNT. Da können wir nochmal versuchen, irgendwas zu sprengen hier. Ey, ich halte hier mal rein. Das klingt auch irgendwie falsch. Aber hey. So. Viel Spaß beim Explodieren. Da ist wieder... Oh. Zwei Schutt. Zwei Schutt. Mega. Die jetzt beide höher als die Höhe 11 sind. Okay. Man sollte das schon ein bisschen beobachten. Danke für den Schutt. Danke für den Schutt. 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 Danke für... Da ist noch ein Schutt. Oh. Da ist noch einer. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt schon die Netherite Rüstung zusammen. Und ich bin keine halbe Stunde unterwegs. Ich bin keine halbe Stunde unterwegs und kriege wahrscheinlich die Netherite Rüstung zusammen. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt hergekommen bin oder wo ich hingegangen bin. Ich habe keinen Plan. Ich habe überhaupt keinen Plan. Hier ist unheimlich viel Quarz. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch abbauen und mitnehmen. Aber ich habe echt keinen Plan. Wohin oder woher oder was auch immer. Nur Quarz bringt viel Erfahrung. Kann man mit bauen. Eine super Sache. Oder da kommt gleich... Danke. Lava-Eim entgegen. Natürlich auch nicht so geil. Damit wir aber wieder rauskommen, ist es natürlich super simpel. Wir nehmen einen Trank des Feuerwiderstandes. Nehmen unsere Spitzhack und bauen hoch. Da kommt irgendwann gleich Lava. Brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Da kommt irgendwann gleich Lava. Da ist die Lava schon. So. Und dann können wir schwimmen. So. Wo sind wir? Wo sind wir? Lass mal gucken. Wir müssten noch ganz in der Nähe sein von dort, wo unser Portal ist. Oder war? Da oben ist es. Da oben. Das ist diese Ecke. Ja, ja, ja. Da oben. Ich bin hier reingesprungen und da oben müsste unser Portal sein. Oh, guck mal ein Strider. Hallo Strider. Ich habe jetzt keine Angel mitgebracht. Na, mein Kleiner? Mit einem Angel und einem Sattel kann man nämlich auf den durch die Lava reiten. Muss ich immer gerade gucken. Ich mache jetzt einfach so. Zack, 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 zack. Da können wir nämlich einfach hoch. Können rüber bauen. Und dann sind wir doch wieder safe, oder? Boah, gleich zwei Ghasts. Bitte, bitte woanders rum sprengen. Danke. Danke. Die Strider sehen voll niedlich aus, ne? So kleine, kleine Pinöpel in der Lava. Zwei Ghasts, die hier rumfliegen. Okay. Da ist unser Portal. Ich habe doch gesagt, das ist hier. Mega gut. Einmal rein mit dem antiken Schutt. Sehr schön. Hallo Creeper. Was wir auch noch brauchen für den antiken Schutt ist ein Schmiedetisch. Da müssen wir gerade mal gucken, ob wir den mit den Sachen fertig kriegen, die wir hier haben. Ich glaube nämlich nicht. Hier, Holz, zwei Eisen. Okay. Da nehme ich es gleich einfach mit drauf, ne? Also das nehme ich dann einfach mit drauf, den Schutt. Und dann gucken wir mal. Achtmal Nezareed Schrott. Das heißt, wir können zwei Barren draus machen, wenn ich mich nicht täusche. Einmal so. Oder auch nicht. Einmal gucken. Wie war das? Achso, ja, wir brauchten ja noch Gold dafür. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Gold brauchten wir auch noch dafür. Das war nämlich eine Verbindung aus Nezareed und Gold. Und dafür gehen wir gerade mal wieder hoch. Wir haben aber acht Stück. Das heißt, wir bekommen zwei Bachen raus. Das heißt, wir können zwei Nezareed Rüstungsteile machen. Das ist echt gut. Wenn man überlegt, wie wenig ich eigentlich unterwegs war. Und wie schnell das Ganze funktioniert hat. War das wirklich gut. Jetzt holen wir gerade einmal hier Gold. Ich würde... Ich brauch mal Mülleimer, ne? Ich brauch echt mal Mülleimer. Weil ich keine Ahnung habe, wohin immer mit dem ganzen Kram. Vor allem hier mit denen hier. Das braucht doch kein Mensch so viel. Leider sammelt man das immer auf. Aber jetzt haben wir fünf Magma-Creme. Jetzt können wir auch locker wieder Feuerwiderstandstränke machen. Was wir ja auch schon mal erklärt hatten bei der Folge, wie man braut, glaube ich, ne? Da hatten wir erklärt, wie man diese Tränke macht. Aber gut. Einmal Erze, einmal Goldbarren. Und dann können wir hier zwei Stück machen. Eins, zwei. Das ist sehr gut. Und jetzt brauchen wir einen Schmiedetisch. Das war vier Holz, zwei Eisen, ne? Bei Eisen finden wir hier. Holz nehmen wir uns hier drüben. Dann machen wir noch einen Schmiedetisch, weil wir nämlich die Nazarene-Rüstung nicht mehr dadurch bekommen, dass wir im Prinzip hier Barren reinlegen, sondern wir brauchen wirklich einen Schmiedetisch. Ich stelle den jetzt einfach mal gerade hier hin. Und wenn wir jetzt hier reingehen und sehen wir, wir haben ein Feld plus einen Barren. Jetzt wäre es spannend zu wissen, kann ich zum Beispiel aus Lederrüstung Eisenrüstung machen oder zählt es wirklich nur für ein Nazarene? Und dafür nehmen wir einfach mal hier unsere Rüstung. Wir können auch gleich mal gucken. Eine verzauberte, eine nicht verzauberte. Wir tun die verzauberte rein, machen so. Kriegen wir die auch mit der Verzauberung wieder. Das ist super gut. Und dann haben wir eine Nazarene-Brustplatte, die noch Rückstoßwiderstand hat und ich glaube auch mehr Rüstungswert. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann es nicht sagen. Nehmen wir aber mal und hier machen wir auch mal so. Wir sehen auch, die Haltbarkeit steigt auch ein bisschen, aber nicht allzu viel. Ich weiß nicht warum, aber hey. Und schon haben wir zweimal Nazarene-Rüstung. Das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr cool. Jetzt hätten wir natürlich auch unser Schwert upgraden können. Das wäre irgendwie schlauer gewesen. Das heißt, ich muss unbedingt nochmal zurück und brauche noch viel, 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 viel mehr antiken Schutt, damit wir die Rüstung voll bekommen und die Waffen und die Werkzeuge. Weil dann geht das Ganze nämlich noch schneller und vor allem würde die auch ein bisschen repariert werden. Ich hätte echt eher das Werkzeug nehmen sollen. Ich bin ein schlau wie Schlumpf. Du weißt jetzt, wie man schnell Nazarene finden kann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, kannst du gerne liken, wenn euch geschehen den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden. Und in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich mal in eine Bastion bewegen und schauen, was es da so alles gibt und worauf man da aufpassen muss. Ich bin raus. Vielen lieben Dank. Ciao. Mit V. Ciao. Ciao.